Mögen die Götter dir deine Mühen mit Glück vergelten. Ja, das hoffe ich auch. Danke für deine Hilfe. Das hättest du nicht tun müssen. Freundliche und mutige Menschen führen die besten Leben. Aber ihr Weg ist nicht immer der einfachste. Ich habe versucht, gut zu leben. Es reicht, dass die Götter das wissen. Selbst wenn der Name Harek Gant in Midgard vergessen wird. Und was wirst du tun, nun da diese Aufgabe vollbracht ist? Vollbracht? Das war die Ankündigung für meine Ankunft. Jetzt verlasse ich diese Welt. Schönes Leben noch. Nach Asgard! Was? Halt! Danke! Bei Thorshammer. Das war ein Schreck. Was? Du bist du nicht. Super! tes Vister? Was? Ab workshops!